So, ich teile euch jetzt den Deutschtest aus. Ich gebe euch jetzt noch den Stundenplan fürs nächste Schuljahr und dann könnt ihr nach Hause gehen. Oh, schau mal, Lena, wir haben nur einmal Frühschule. Aber am Dienstag haben wir voll lange Schule. Ich schau den gar nicht an. Schule ist sowieso doof. Lena, hast du los, heute Nachmittag mit mir was zu unternehmen? Oh ja, voll gerne, Milo. Wir könnten an den Badesee gehen. Ja, aber nur, wenn du mir das Stand-Up-Paddelfahren beibringst. Klar, das mache ich gerne. Tut mir leid, Yara, wir können uns ja morgen treffen. Alles gut, Lena, viel Spaß euch. Und was hast du heute Nachmittag so vor, Lena? Ich treffe mich mit Milo am See. Mama, kann ich mit Leona abmachen? Ja, ich schreibe nachher noch ihrer Mama. Das ist Milo, ich muss los. Viel Spaß euch, Lena. Tschüss. Hi, Lena. Hallo, ich muss nur noch kurz mein Fahrrad holen. So, wir können los. Wollen wir uns hier hinsetzen? Ja, ist gut. Okay, komm, wir holen das Stand-Up-Paddel aus dem Schuppen. So, hier ist es. Dann los. Ich schiebe es erstmal ins Wasser. Wichtig dabei ist es, immer von hinten zu schieben, weil es unten einen Keil hat. Ah, Hilfe, eine Wespe. Geh weg. Ah. Milo, das Hub ist gerade weggetrieben. Oh nein, ich hole es. Ich hab's. So, und jetzt komm mal her, Lena. Ist gut, ich komme. So, und jetzt? Jetzt setzt du dich erstmal zu mir rauf. Huch, das ist ja gar nicht so wackelig, wie ich dachte. Warte nur, bis du stehst. Aber jetzt fahre ich erstmal eine Runde mit dir. So, jetzt will ich das aber auch mal versuchen. Na klar, Lena. Am besten drehst du dich erstmal zu mir um. Und jetzt probierst du langsam auch zu stehen. Gib mir deine Hand, Lena. Wow. Ich stehe. Upsi. Na komm, wir probieren es gleich doch mal. Juhu, ich stehe. Super, Lena. Und jetzt dreh dich mal langsam um. Wow, das ist ganz schön wackelig. Ich lass dich jetzt los. Wow, nein. Mann, Milo. Hast du dir wehgetan? Nein. Aber ich will das jetzt nochmals probieren. Etwas später. Juhu, ich kann es. Ah. Lena? Lena, wo bist du? Lena. Hey. Tja, man schupft halt nicht einfach seine Freundin ins Wasser. Na warte, dich kriege ich. Hab dich. Und, hast du Lust auf ein Eis? Oh ja, gerne. Okay. Hallo, wir hätten gerne zweimal Himbeereis. Ja, bitteschön. Guten Appetit. Danke. 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 Ich hoffe natürlich, euch hat dieses Video mit Lena und Milo gefallen. Wenn ja, und wenn ihr keine weiteren Videos mit den Beinen verpassen wollt, dann abonniert doch unbedingt unseren Kanal und lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.